Ich möchte in den Rücken vom Doni kommen, also wenn nicht, den Guten Tag-Trick an. Einmal Guten Tag und ich ziehe ihn an mir vorbei und komme somit in den Rücken. Allerdings wird er mir nicht freiwillig die Hand geben, also schnappe ich mir den Ärmel und ziehe ihn an mir vorbei und hole mir den Rücken. Ich kann ihn dann einmal hochheben und somit habe ich einen Punkt.